So Freunde, reden wir über 3 Coins, die noch relativ neu und vor allem unterbewertet sind. Viele von euch wollen Coins, die noch keinen Boran durchgemacht haben und vor allem etwas mehr Risiko eingehen, in der Hoffnung, den großen Anstieg zu erwischen. Ich kenne 3 Projekte, die relativ frisch sind, den großen Anstieg noch nicht hatten, dafür aber dennoch sehr sicher sind. Das erste Projekt heute ist Klipp und Klar Acero. Es ist eine Smart Contract Plattform mit einem kompetenten Team. Ihr kennt mich, ich bin ein absoluter Fan von Smart Contract Plattformen, vor allem wenn dahinter ein kompetentes Team hintersteckt und so einige Hackathons gewinnt. Wenn man mich jetzt fragen würde, okay, wir haben so viele Smart Contract Plattformen, was ist nun das Besondere an LF Zero? Ich würde klipp und klar sagen, es ist noch unterbewertet und relativ unbekannt. Es gibt WebAssembly, Smart Contracts und das IDOS, mit welchem man dezentrale digitale Identitäten erstellen kann. Das wird in der CBDC-Wende und in der digitalen Anwendung sehr interessant und notwendig sein. Die Plattform ist bisher sicher, skalierbar und macht einen professionellen Eindruck. Da es jedoch keine Langzeiterfahrung gibt, ist das Projekt hier im Grafen und das Risiko ist halt der Preis für mehr Potenzial. Als zweites Projekt heute habe ich CKB, also Nervous Network. Es hat zwar einen Bullrun mitgemacht, aber den kann man definitiv nicht zählen. Es kannte fast niemand das Projekt, es gab keine EVM und weniger Entwickler-Info-Material als jetzt. Nun sieht alles jedoch anders aus. Die Nutzer auf dem Netzwerk steigen, wir haben im November das erste Halfing. Es ist hoch skalierbar, da jede Zelle simultan Smart Contract fähig ist und durch das Zellendesign sind die Anlagen sehr sicher aufbewahrbar. Das Besonderste hier ist jedoch der Fakt, dass jede Zelle einen Byte-Speicher auf dem Netzwerk widerspiegelt. Da man für jegliche Anwendung den Coin braucht, steigt er durch Anwendung noch stärker als andere Smart Contract Plattformen. Nun waren viele der Projekte, die 2021 explodiert, sind 2019 völlig unbekannt und hochriskant. Jedoch bekommt man rückblickend auf die alten Daten und mit der Zeit ein Gefühl dafür, dass CKB etwas werden könnte. Das Netzwerk könnte vor allem mit den neuen Fortschritten jetzt im Bärenmarkt definitiv etwas werden. Aber auch hier gibt es Risiko, inwiefern das Zellendesign sich mit der Zeit bezahlt macht. Als drittes Projekt heute muss ich BitTensor reinnehmen. Auch dieses Projekt ist im Grafen noch nicht weit oben, aber ich habe gesagt, dass es ein relativ frisches Projekt ist und ich es mit der Zeit hochstufen werde. BitTensor ist ein Community-getriebenes KI-Projekt, um KI-Systeme für die Massen zugänglich zu machen. Ihr Ziel ist es, dass die Massen von dieser revolutionären Technologie nicht verschont bleiben. Daher hat BitTensor ein System erschaffen, in welchem Menschen KI-Systeme trainieren und Belohnungen verdienen können. Somit ist BitTensor nicht eine einzelne KI, sondern deckt das Hype-Thema KI auch genereller ab. Zudem gefällt mir der Platz auf der Rangliste und das Halving mit dem Supply-Shock. Warum denke ich, dass das Halving hier viel ausmachen wird? Naja, weil der Coin einen guten Use-Case im Ecosystem hat und nicht nur ein DAO-Token oder so ist. Aber wie gesagt, auch BitTensor ist riskant und keiner weiß, ob die trainierten KI-Systeme mit denen von OpenAI und Co. mithalten können. Sie müssen im Prinzip nicht mithalten können, sondern nur gut genug sein und Nutzen finden. Und jedes ICO oder jedes frische Projekt hat im Anfangsstadium halt Risiken. Entweder gibt man sich damit zufrieden oder man nimmt alte, bewährte Hasen. CKB und Acero gibt es auf BitPanda und andere gute, bewährte Hasen gibt es auf meiner EU-regulierten Partnerbörse BitWavo. Über meinen Link gibt es exklusiv 20 Euro Startguthaben statt den üblichen 10 Euro. Die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit. Ansonsten Like und Abo nicht vergessen. Bis demnächst. Euer Big Daddy.